Wenn ein Blitzer Sie erwischt hat, dann sind Sie in aller Regel zu schnell, mit zu geringem Abstand oder über eine rote Ampel gefahren. Möglicherweise haben Sie sogar schon einen Zeugenfragebogen, einen Anhörungsbogen oder einen Bußgeldbescheid bekommen. Und jetzt fragen Sie sich, ob Sie diesen Blitzer erfolgreich anfechten können. Ich werde es Ihnen natürlich sagen. Schauen Sie sich einfach dieses Video an. Hallo, mein Name ist Jochen Pflegel. Ich bin Rechtsanwalt und Inhaber der Anwaltskanzlei Pflegel Rechtsanwälte. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz auf unseren Bußgeldcheck hinweisen. Den Link finden Sie in der Videobeschreibung. Sie können damit kostenlos und unverbindlich bei uns anfragen, wenn Sie kein Bußgeld, keine Punkte und auch kein Fahrverbot bekommen wollen. Später im Video werde ich noch sechs Punkte aufführen, mit denen ich immer wieder Erfolg habe, wenn es darum geht, einen Blitzer anzufechten. Jetzt gehen wir zunächst mal davon aus, dass Sie noch kein Schreiben von der Behörde bekommen haben. Für diesen Fall empfehle ich Ihnen unbedingt, nichts zu machen. Melden Sie sich keinesfalls bei der Bußgeldstelle. Es ist nicht Ihre Aufgabe, das Verfahren gegen Sie zu fördern. Im Gegenteil, wenn Sie sich dort melden würden, bestünde zum Beispiel die Gefahr, dass Ihnen die Behörde den Verstoß nachweisen oder die Strafe wegen vorsätzlicher Begehungsweise verschärfen könnte. Warten Sie also einfach ab. Aber was passiert denn nun, wenn die Bußgeldstelle loslegt? Wenn Sie vom Halter des Fahrzeugs klassischerweise Ihrem Arbeitgeber oder Ehepartner einen Zeugenfragebogen bekommen haben, ist die Frage, wie Sie darauf am besten reagieren können, schon schwieriger zu beantworten. Klar, Sie haben ein Zeugnisverweigerungsrecht, müssten sich also nicht selbst belasten. Wenn Sie aber davon Gebrauch machen würden, bestünde die Gefahr, dass die Polizei bei Ihnen oder beim Halter auftaucht. Außerdem würde dem Halter dann eine Fahrtenbuchpflicht drohen. Und weil mir die Frage so oft gestellt wird, geben Sie keinesfalls eine dritte Person als Fahrer an, die zum Tatzeitpunkt nicht gefahren ist. Andernfalls würden Sie sich wegen falscher Verdächtigung strafbar machen. Also zum Zeugenfragebogen kann ich Ihnen keine pauschale Empfehlung geben. Die Vorgehensweise hängt stark von Ihrem Einzelfall ab. Nutzen Sie einfach unseren eingangs genannten Bußgeldcheck, dann kann ich Sie näher beraten. So, und im nächsten Schritt macht die Bußgeldstelle ernst. Sollten Sie nämlich einen Anhörungsbogen erhalten haben, müssten Sie sich darin zum Tatvorwurf nicht äußern. Auch hier gilt, Sie müssen sich nicht selbst belasten. Wissen müssen Sie aber, dass ein Anhörungsbogen den Beginn eines Bußgeldverfahrens gegen Sie darstellt. Sie sollten also jetzt anfangen, sich zu wehren, indem Sie den Blitzer anfechten. Ich kann an dieser Stelle Einsicht in die Bußgeldakte für Sie beantragen, weil die Informationen, die sich aus der Akte ergeben, sehr wichtig sind, um das Bußgeldverfahren, insbesondere den Messvorgang, angreifen zu können. Erst nach Kenntnis des Akteninhalts kann ich zudem empfehlen, ob und wenn ja, wie Sie sich zur Sache äußern sollten. Wenn Sie einen Bußgeldbescheid bekommen haben und Sie sich gegen den Bescheid wehren wollen, dürfen Sie auf gar keinen Fall untätig bleiben. Gegen einen Bußgeldbescheid kann nur innerhalb einer Frist von zwei Wochen, gerechnet ab Zustellung, schriftlich Einspruch bei der zuständigen Bußgeldstelle eingelegt werden. Wenn das nicht geschehen sollte, würde der Bescheid rechtskräftig werden. Und abgesehen von seltenen Ausnahmen wäre dann nichts mehr zu machen. Ein bloßer Einspruch reicht aber nur in seltenen Fällen aus. Was gibt es also noch zu tun, wenn Sie den Blitzer erfolgreich anfechten wollen? Häufig beauftragen mich die Mandanten damit, den Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einzulegen. Ich begründe diesen Einspruch dann im weiteren Verlauf, indem ich die Unzulänglichkeiten des Mess- und Bußgeldverfahrens aufzeige. Mit meiner Einspruchsbegründung fechte ich Ihren Blitzer hartnäckig und zielstrebig an. Ich will damit erreichen, dass Sie überhaupt nicht oder zumindest milder bestraft werden. So, und jetzt kommen Sie. Die sechs Punkte, die übrigens nicht abschließend zu sehen sind. Erstens, die Messung war in technischer Hinsicht fehlerhaft. Zweitens, die Messung war in rechtlicher Hinsicht fehlerhaft. Drittens, die Bußgeldstelle kann Ihnen die Fahrereigenschaft nicht nachweisen. Viertens, die Geldbuße kann reduziert werden, sodass Sie keinen Punkt in Flensburg bekommen. Fünftens, es kann vom Fahrverbot abgesehen werden. Sechstens, es kann die Verjährung der Ordnungswidrigkeit erreicht werden. Flensburg sei unbedingt noch erwähnt. Die Auskunft aus dem Fahreignungsregister hole ich grundsätzlich für Sie ein. Denn dann haben Sie Klarheit und ich die Möglichkeit, an dessen Inhalt etwas zu verbessern. Schließlich soll es ja nicht irgendwann Ihrer gesamten Fahrerlaubnis an den Kragen gehen. Also, das war unser Video zum Thema Blitzeranfechten. Wenn Sie uns damit beauftragen wollen, gegen das Schreiben, das Sie von der Bußgeldstelle erhalten haben, vorzugehen, dann können Sie das aus ganz Deutschland tun. Die bundesweite Bearbeitung von Bußgeldverfahren ist uns problemlos möglich. Nehmen Sie ganz einfach Kontakt mit uns auf, wenn die Bußgeldstelle Sie bestrafen will. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und verteidigen Sie gern. Bis bald.